Heute, wir zwei wieder, freue ich mich sehr schön. Du hast da eine Hand angelegt. Ja. Ist so leicht und goldig geworden. Genau. Was hättest du gerne? Was wünschst du dir von mir? Also, ich hätte eigentlich einfach gerne, dass es so goldige raus, dass es wieder so ein schönes Weißbrint ist. Okay. Alles klar. Ich würde dir das einfach einmal aufpontieren, den Ansatz in die Längen. Das machen wir dann am Waschbecken eben und dann würde ich mit einem richtig schönen, aschigen Ton nochmal drüber gehen, dass diese letzten Gelbpigmente einfach komplett verschwinden. Ja? Sehr schön. Freue ich mich drauf. Dann gehen wir mal los. Wenn du deinen gefunden hast. es Bis zum nächsten Mal. Ich mache das auf den Längen erstmal nicht auf, zumindest in diesem weiß-bläulichen, weil die einfach schon sehr, sehr angegriffen sind, die Spezien. Das machen wir dann später am Waschdecken, emulgiere ich das Ganze nochmal auf, mache mir die Struktur ein bisschen auf und dadurch ziehe ich dir dann auch dieses Gelb und eben auch dieses Bläuliche in den Längen aus. Also was ist jetzt wirklich losgelb los? Genau, erstmal nur ins Gelbe, dass es einfach im Nachhinein schönes, gleichmäßiges Bläulich gibt. Sofie, stellst dir jetzt die Wärme drüber, zieht einfach nochmal ein bisschen schöner die Gelbpigmente raus. Circa zu 30 Minuten, ich schaue aber jedes Mal ein bisschen noch klar. Ja? Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt ist der Augenbild der Wahrheit, du guckst einmal den Spiegel selber in die Hand. Jetzt ist der Augenbild, ich schaue. Jetzt dreh dich. Ja, das sind auch schon mal die Linien hier, sieht man jetzt einfach viel besser. Von Blondton hier, super geil, kein Geldstich mehr zu sehen, schön gleichmäßig. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Dankeschön. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Vielen Dank.